und wir fahren diesmal nicht durch den Wald wir haben hier glaube ich jetzt mal nix mit zu tun na gut, hatte ich eben eigentlich auch nicht ja, aber... ja, nee, ja ja, nee, ja, nee, 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 ja, ja du kümmerst dich mal um den Jagdtier? machst mal Mann-Deckung bei Rob nee, du, also umgehen du hast hier irgendwie so ein Ölfass in Brand gesetzt ups huch huch was ist da denn? aha, jetzt bin ich gesehen worden eine Artie, okay ja, ich bin spottet hm joh, schimmer 1-0, das ist schimmer gar nicht so verkehrt hm oh, M-103 oh, nicht du ich du und ich zieh auf die Lücke und schieße oben rüber ja, okay die sind in der Senke die ist 8-Kontro ja, abgeprallt oh, IS-3 da hinten sitzen die Jagdt, äh, die TDs, ne? wie immer ja ich würde und zwar hier runter fahren äh, dass ich so ein bisschen geschützt bin links durch die Stadt oh, da hinten ist da muss ich schnell schießen, damit ich hier wieder wegkomme jetzt wurde ich gesehen ja, du Affe ich glaube, ich komme mal zu dir hm oh von wo? das war die Artie ach so ja, natürlich nicht ja 1308, Alter da würde ich aber auch wieder krozen ui was ist denn hier los? ja, pass auf, halt wir schießen auch bisschen Kreuzfeuer da Löwe Tiger 2 sitzt da noch irgendwo schön hä? hab ich dich nicht getroffen? oh geil Objekt ist auch gleich weg sehr schön ist weg scheiße, scheiße jaaa klar, ey der Penner, ey der Penner, ey ah, der trifft aber auch alles, ne der Sack was hast du verspielt, Kollege? oh, der Sack, dass du schießt, Mann was hast du denn getan? ja, ich weiß ja nicht wann du schießt ich bin weg der Jagdtiger naja, wie hat der dich denn getroffen? weiß ich nicht genau aber der hängt ja über dir jetzt links über dir jo, der frisst jetzt auch grad das ist natürlich das ist natürlich bisschen dumm gelaufen muss ich mal nervös machen muss eigentlich nur ein bisschen spotten da oben mal so ein bisschen ich gebe hier ne One-Shot für alle die hier rum fahren ja, du sollst ja nicht so weit hoch fahren nur dass man die kurz aufdeckt öh, lass sie mal, ich mach hier mal ein bisschen Druck ich cap mal, dann kommen die bestimmt gleich siehste? das kennen wir ja, ne? aus einem ganz bestimmten Video aus einem Special-Video oh, 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 scheiße nein, ich komm nicht weg Kette im Arsch oh, klar, da hab ich ein Schwein nein, nur die Kette wieder im Arsch IS-3, die kriegt jetzt aber machen die auch jetzt mal was? vielleicht fahr ich mal hinten rum ne, da kommen die anderen schon jawoll wie käseln sie fliege ein na ich guck das ganze mal aus der Vogelperspektive hier an kann man das sehr schön sehen so richtig Feuer kriegt die IS-3 noch nicht nö aber die Schlinge zieht sich zu ja, das sind Tiger zweimal, der kann noch fressen die Schweine machen einfach hier ja, Tiger ist weg ja, ich weiß aber die müssen ja mal ein bisschen Druck machen die müssen wir gar nicht was wollen die denn? wenn sie was wollen, müssen sie kommen ja, die wollen jetzt kommen hab ich gehört ach so guck mal, die kriegen von allen Seiten da ist der Arnigssack ich komm nicht durch ich komm nicht durch kein durchkommen ab leck, 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 leck leck, leck schieß, fahr weg der Tiger noch die Hälfte na, jetzt will's einer wissen und der kriegt erstmal gut ja, jetzt will's einer wissen ja schlamm dackel jawoll aber wie ihr es drei kriegt jetzt erstmal stehen von der seite beim t69 ne doch nicht, aber kommt gleich wenn er nachgeladen hat oder du haus ihn weg nein, ich wollte es wieder zu schnell wissen jetzt ist er weg so, RheinBetall und SU da wissen wir ja wo die sitzen wo sie immer sitzen da siehst du da hinten kommt einer kocht ihn vor und dann haue ich ihn weg oh, da habe ich mir so gedacht so, RheinBetall zeig dich einmal aufblick und der ist ganz ganz verärmt dahinter im Haus wo ist er die SU ja, schön und weg ist er man nur drei kills, ey ja toll, das war nicht so glorreich da hätte ich viel mehr machen können ja gut, mein Gott es ist doch nur ein Spiel nein ein 1800 Miese gemacht Mann, Mann, Mann ich verstehe das nicht hm hm ja, was haben wir denn ja, was haben wir denn ja, doch und dann eigentlich wenn man sich das Gesamtbild anguckt dann doch nicht so schlecht na gut, dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss